Die Rentner-Freiheitlichen haben zwar einen neuen Chef, sie bleiben aber bei ihrem alten Kurs, also keine baldigen Neuwahlen. Die Freiheitlichen haben schon angekündigt, der morgigen Sonderlandtagssitzung fernzubleiben. Damit blockieren sie eine Abstimmung über einen Neuwahlantrag der SPÖ, unterstützt von ÖVP und Grünen. Von denen hagelt es heute auch Kritik. Sie fordern Landeshauptmann Dörfler auf, ein Machtwort in seiner Partei zu sprechen. Der neue FPK-Chef Kurt Scheuch kündigt am Vormittag an, dass seine Fraktion morgen zur Sonderlandtagssitzung nicht kommt. Also ich gehe einmal davon aus, dass wir der morgigen Sitzung, die ja nur einen einzigen Tagesordnungspunkt hat und die ja nur dahingehend geplant ist, um hier sozusagen chaotische Zustände in diesem Land zu stimulieren, nicht beiwohnen werden. Damit wäre morgen gar keine Abstimmung über Neuwahlen möglich, weil zwei Drittel der Abgeordneten anwesend sein müssen. Das Schweigen von Landeshauptmann Gerhard Dörfler zeige, wie abhängig er von den Scheuch sei, so die SPÖ. In dieselbe Kerbe schlagen die Grünen. Ich habe gestern den Herrn Landeshauptmann gesehen, wie er neben an Uwe Scheuch gesessen ist. Und ich hatte den Eindruck, das ist eher der Chauffeur des Herrn Uwe Scheuch als der Chef des Landes. SPÖ, ÖVP und Grüne fordern sofortige Neuwahlen in Kärnten. Schon für heute Abend sind wieder Protestmärsche angekündigt. SPÖ brokerage angekündigt. SPÖ, ÖVP und Grüne frågor. SPÖ, ÖVP und Grüne Safari. SPÖ, ÖVP und Grüne virtuell saves sie, wie auf den Technical EUaina Mess am Start. die Seattle Hall eines그램omkes mit Wind rabbinastos ist. Untertitelung des ZDF, 2020